Hi Tanzwiddies! Hier ist meine Mauer. Schön nach der Natur gelegen. Wenn ihr Löwe seid, könnt ihr hoch springen. Wenn ihr kein Löwe seid, tut ihm leid, dann kommt ihr nicht hoch. Aber wenn ihr motiviert sein wollt, dann macht einfach etwas. Wenn ihr sportlich sein wollt, kriegt ihr den Arsch hoch und seid ein Löwen und kein anderes Tier. Einfacher Löwe wäre, einfacher Löwe sein und motiviert sein und hier die Stallworte hochgekommen. Wenn ihr das Ziel habt, abzunehmen oder Sport zu machen, dann macht ihr nicht mal hin. Macht nicht mal hier, los, Feuer, los! Das Sport angeht, reicht nur 3,5 Stunden pro Tag. Und das ist nicht viel. 6x5 Minuten oder 3x10 Minuten oder 2x15 Minuten. Könnt ihr jetzt aufsteilen. Dann kriegt ihr mal den Arsch hoch und macht Sport oder so. Und was ihr halt gerne machen möchtet. Einfach den Arsch hoch kriegen und Löwe sein und keine kleine Spinne, die irgendwo rumkriegt oder so. Ich will nicht denken, Spinnen sagen die auch hier und da, vielleicht sind es nützlich. Aber einfach mal Löwe sein und nicht. Einfach mal Arsch hoch kriegen und durch den Dschungel stapfen und die Beute legen und eure Ziele in den Griff bekommen. Und einfach mal machen. Aufstehen, machen, los traben und hopp, Sport machen oder so. Einfach los! Sport ist in der heutigen Zeit wichtig. Ihr sollt mindestens pro Tag 30 Minuten machen. Weil nach 30 Minuten geht die Kalonienverbrennung wieder verbrannt. Ja und deswegen jeden Tag 30 Minuten Sport ist nicht viel. Das sind 6x5 Minuten oder 2x15 Minuten oder 3x10 Minuten. Kann ich auch über den Tag verteilen. Aber sinnvoll ist es halt, wenn man zum Beispiel vor dem Frühstück 5 Minuten Sport macht. Und dann halt Frühstück, dann nach wieder 5 Minuten. Essen in der Mittagspause 5 Minuten. Und so hast man halt am Tag 6x5 Minuten Sport gemacht. Das sind 30 Minuten oder am besten wenn man dann ein Stück macht. Kann das Radfahren sein, kann Schwimmen sein, das kann Sommer sein, das kann Barspiele sein, das kann Fußball sein. Was für Sportarten, oder auch eine halbe Stunde durch den Wald gehen oder Wanderung machen oder Spaziergang. Hauptsache ihr bewegt euch eine halbe Stunde lang. Wenn ihr mich nicht bewegt, dann seid ihr auf jeden Fall keine Daten, über dass ihr jetzt Zuckerwock kommt oder andere Krankheiten. Weil Bewegung ist wichtig, damit euch gesund und viel bleibt. Ja, und deshalb immer bewegen, regelmäßig bewegen und nicht still sitzen, auch wenn ihr arbeitet im Büro. Alter, einfach aufstehen und euch halt regelmäßig bewegen und Sport machen. Dass ihr immer wieder auch mehr fit seid, noch im Alter. Ja, und Arsch hoch kriegen, verdammt nochmal. Und ja, jetzt mal ran an die Buletten oder ran an die sportlichen Einheiten hier. Los, los, Tanzfitis, ab, ab, los, ab, los, zum Sport, ab. Ja. Ja.